Hallo und herzlich willkommen und zu willkommen. Ja, wir schlagen um die Drogen. Hallo! Guten Tag! Ach ja, du immer mit deinem guten Tag. So stappen? So höflich und nicht lange... Ja, moin. Nicht lang schnacken, Kopf in den Nacken. Was? Kennst ihr das nicht? Genau so sieht's aus. Doch, ich kenn das. Das ist, glaub ich, so ein Drinkspruch. Das ist ein nordischer... Ein noradischer Drinkspruch. Oh, ich hätt jetzt so gerne eine Nackenmassage. Das wär geil. Du willst immer eine. Immer. Oh nein, ich bin Jäger. Ich bin mit Pisi zusammen, das ist schon mal gut. Oh Gott, es gibt zwei Panzer. Team Rhinos. Oh, geil. Ist grad ein bisschen doof, dass man die Autos nicht sehen kann. Ich weiß auch nicht, was das für ein Auto ist. Die werden zufällig. Das sind so Strand-Buggys. Nein, da steht... Man kann das auswählen. Der Blund-Buggy, Injection. Messer, Bifter, Danny-Buggy. Und wie sollen die jetzt dann abknallen? Mit dem Panzer oder was? Ich hab keine Ahnung, was der Bifter ist. Ich nehm jetzt nen Bifter. Das ist cool. Ja, man. Oh ja, Gerechtigkeit find ich gut. Ich nehm jetzt auch nen Bifter. Oder das. Obwohl, jeder sollte nen anderen nehmen vielleicht. Nimm nen Dune-Buggy. Nein. Doch. Ich bin breit. Ja. Ich bin breit. Ich bin breit. Die Polizisten. Oh mein Gott, das ist das Outfit. Wie so ein... Das ist nen Dune-Buggy? Ich saß doch nie in nem Panzer. Okay, der Bifter ist tatsächlich nen Buggy. Wenn ich jetzt genau wüsste, was wir tun sollen. Dann haben wir jetzt alle das gleiche Auto, oder? Warte jetzt mal, warte jetzt mal. Wir haben alle C4. Zwei Panzer, die müssen wir versuchen zu zerstören. Wir respawnen recht schnell wieder in verschiedenen Autos, die zufällig sind. Vorsicht da vorne sind sie schon. Ja. Ja moin. Ich seh überhaupt nichts. Alter. Was geht hier ab? Was geht hier ab? Wie löse ich das nochmal aus mit der Tastikon? Mit G. Oh toll, ey. Ich hatte es schon ran geworfen. Es hat aber nix gebracht, weil ich nicht wüsste. Mhm. Nein! Nein! Bei dem ganzen Kram hier siehst du die Panzer überhaupt nicht. Hm. Ah nein! Oh fuck! Nein! Wenn du irgendwie 20.000 Kisten irgendwo vor dir hast, da siehst du die halt wirklich nicht. Pisi! Nein! Warte mal. Ich komm mal mit. Du stinker! Wieso kannst du denn nach hinten schießen? Weil sich normalerweise Türme drehen können. Achso. Fuck! Pisi, sag mal du schon wieder. Ich war doch gerade dabei was zu tun. Äh, ich auch. Nicht zu erschießen. Mach tatsächlich. Das macht man nicht mit Frank. Ich hab tatsächlich vergessen. Ich glaube ich muss mir echt mal einen kaufen. Wie zahle ich denn dafür? Kann ich wahr sein? Controller. Äh. Wie stinkt das denn? Das stinkt so hart. Oh nein! Oh das ist echt kacke. Mit L1. L1. Ja, ich glaub die 2-Panzer ist halt auch echt übel. Ich hab dich aber richtig gedatcht, Digga. Nee. Noch hab ich. Hier läuft noch alles. Alles Leben verloren. Ja ja, ich weiß aber. Das ist so. Oh das... Direkt unten seht ihr übrigens die Balken, wie stark sie noch sind. Oh ja, stimmt. Alter! Oh! Oh man! Scheiße, das hat mir... Wieso gehen die eigentlich alle nur auf mich? Ich check das nicht. Weil du halt doof bist, Drama. Ja, das waren alle gleichzeitig auf einen, das ist so viel. Nein! Auf welchen Nen? Geht auf Pisi. Auf Pisi. Damals, ja, ne Ladeflang. Aber Pisi sind gerade. Das möchte ich nicht. Danke. Oh! Scheiße, ich suche viel Glück. Oh nein! Schau, dass wir so lang wie möglich immer in Deckung bleiben. Und schnell sein. Eingriffe hier. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Alter, wo... wo ist der denn jetzt? Oh schau, ich dachte, Titt kriegt ein Buch. Ey, ich seh... ich seh den gerade gar nicht. Wo ist der? Alle auf Drama! Ja. Der hat schon das meiste weg. Oh, der war schön. Wo ist denn Drama überhaupt? Fuck, fuck, fuck! Hey, Pisi! Was hat denn denn da? Das gibt's hier oder was? Boah! Panzerknutschen. Oh Mann! Ah! Scheiße! Wie die halt alle nur auf mich gehen ey, das ist... Also, eventuell... Eventuell machen wir das so, dass... äh... nur einer im Panzerteam ist. Nee, das ist cool. Nein, das ist schon... Ja für euch! ...unfair... Für zwei... Ja ich glaub sonst mit zwei... Mimimi! 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 Ja. Hä? Das ist ja voll krank. Ja, drei Runden, oder? Ja. Meine schon, oder? Also, jetzt alle auf Pisi. Ähm, mach ich jetzt einfach mal hier. Oh, Pisi! Nee, ich glaub nicht, oder? Nee, tun wir nicht. Das Clubzeug hat mich überhaupt nicht verunsehiert. Ich war auch etwas verwirrt kurz. Okay. Alter! Wow, wow. Ui, fuck. Fuck. Nein! Habe ich hochgejagt? Ich weiß es gar nicht. Hä? Nee. Der haftet zu mir. Der haftet jetzt. Echt? Oh, Mann. Ich häng hier voll fest. Danke. Da steig ich irgendwas dran sollst. Y drücken. Oh, fuck, 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 fuck. Ach ja, ja, respawn. Oh, stimmt. Das Spielsache. Das ist ja echt kranker Scheiße. Lach mir so frech. Was denn? Wir kommen jetzt wieder zu. Soll halt. Ich komm hier irgendwie voll weit außen. Ja? Da dann. Oh, Mann. Lass mich nicht mehr die Chance, ey. Wie kann man denn schnell da wieder rausweichen? Das geht doch gar nicht. Muss halt echt schon... Läufe und wieder gehen. Oh, Gott. Oh, mein Gott. Ziege von hinten. Ziege kommt immer von hinten. Immer. Oh. Ja, das ist ja... Wir sehen euch ja auf der Karte, von daher... Ja, das ist eigentlich auch total lächerlich. Oh. Ihr habt aber diesmal deutlich mehr Schaden gemacht. Ja! Hehe. Oh, das sieht nicht gut aus. Nicht? Nee. Du siehst jetzt rechts unten, Drama, ne? Oh, vor allem diese offenen Karren ist so ätzend. Ja. Ich bin glaube ich bestimmt fünfmal gestorben, ohne dass ihr mich überhaupt wirklich getroffen habt, weil einfach nur irgendwas fünf Meter neben mir explodiert ist. Aber ich könnte nur Geländewagen auslegen. Fuck. Ich glaube das... Das wird echt knapp. Für uns. Wir haben dazugelernt. Oh, nein! Wenn ich erstmal da hinkommen würde? Gut. Oh, toll, 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 toll. Wäre viel cooler, wenn ein PC jetzt auch mitspielen könnte. Ja, das wäre gut. Oh, nein! Oh, Gott! Hä? Guck da mal zu. Was war das denn? Fuck, 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 fuck! Gut vorzielen tut er da drauf, mein lieber. Ja, Battlefield, man lernt was, ne? Ach, fuck! Ja, das stimmt schon. Ja, dann sind wir schon besser. Sobald man wirft, da wird man schon explodiert. Ich glaube nicht. Uh, was zur Hölle? Ich ne, mein Steinbein. Nein! Was machen wir? Oh, Mann! Schon wieder! Oh, Mann! Oh, Mann! Oh, Mann! Na gut, wenn der alle auf einem Haufen fahrt, ist das der auch... Ist vorbei? Oh, okay. Ja! Ja! Eine Runde gibt's noch! Ich bin so mächtig! Ein Erfolgserlebnis für das kleine Lama! Du kannst sagen, wir haben wenigstens eine Runde gekriegt! Ja! Ein kann man noch! Ein kann man noch! Ich hoffe, wenn nur einer muss, aber aber dann nicht muss. Klingt mal pro Runde 3.000? Hä? Klingt mal pro Runde 3.000, oder? Ich glaub, oder? Ich glaub, ja. Ich nehm's gerne, also. Das ist ja voll geil. Ich nehm alles, was ich kriegen kann. Ja, Mann, warum nicht? Schon wieder? Ich hab Geld. Ich hab Fame und Geld, was? Nein! Ich hab Zeit und das Geld, Mann! Ach so! Siehst du, also wenn selbst Cupcake dieses Lied besser kennt, ne? Also... Alter, ich war immer richtiger Bushido-Fan, ja? Oh mein Gott! Wieso hundert mich das? Ich kenn das mal von Jan Böhmer, Mann! Ja, ich bin 12 oder 13. Hallo! Wirklich! Oh, Entschuldigung! Ey, hoff mich ganz gut rammeln hier! Entschuldigung! Oh mein Spaß! Lass mich doch an! Okay, dann mach ich weiter! Nee, du, du weißt doch! Oh, geil! Das war mir gefallen! Cupcake mag Rammeln nicht! Doch, ich mag Rammeln nicht! Oh! Scheiße! Oh! Oh mein! Ja, aber langsam lernen sie's! Die sind ganz schön schnell unterwegs! Das Drama wird vor uns wieder! Das hilft zwar den Mox nix, aber... Das ist voll die Scheiße! Das ist ein Bildschirm daran! Vor allem jetzt noch die tolle Abendsonne! Tut mir leid! Scheiße! Hallo! Nicht sterben! Ja, ich versuch nicht zu sterben! Danke für dich! Ah, der hat gesessen! Nee! Doch, volle Kanne! Ja, ich hab dir voll... Alter! Drama! Wer ist noch der Meinung, dass diese Panzer eigentlich viel zu schnell schießen können? Nee, das ist... Ja, ich, ich, ich! Hier im Autoloader, das passt schon! Ha, ich hab dir wieder was abgezogen, du Bitch! Komm mal nicht so schnell, Drama! Ach, vorn bist du voll schnell! Oh, ich bin fest! Schon wieder! Ich dominiere dich, ja! Gibt's da auch in der Runde? Über die Hälfte! Drama! Alter, die gehen immer nur auf mich, Pimmin! Ja? Ja? Ja, auch mit der Scheiße! Das für die, die, die geiles Leder! Lass mich in Ruhe! Pissi! Pissi! Da geht doch die ganze Zeit auf alle Schadebahn rum, ne? Voll Scheiße! Es gibt aber noch andere Möpsen, ne? Wollte die da dann nicht ausspielen? Ja! Wir können ja mal alles durchgehen! Aber dann nur ein Passwortfahrer! Bisschen! Oh Gott! Fahre ich dir da voll... Schuss! Kacke! Immer, wenn ich gerade den Knopf drücke zu werfen! 14 zu 0 Drama, ne? Bei Radium spornen! Bonn. Alter, da bin ich überhaupt so weit gekommen! wie war... neben mir. 500.000 Bomben! Jetzt bin ich langsam, aber echt ernst! Nee, wir haben nur noch viertAS Syndrome, ne. Fuck meing! Bons Boom, Bong und бу Fig! Ah, ich hab mich selber in die Luft gesprengt! Fuck! Fuck! Da hab ich mich lange gehalten. Ich glaube, es wird knapp. Hey, warum ziehen die mir 5 Dollar ab? Was soll das? 5 Dollar? Ja, die haben ja... Ey. Ficke, Ficke, 5 Wochen. Fuck. So weit weg. Nach das... Gegen 2 machst du es nicht. Das ist... Ey, das ist ein Schwämmen. Na, einer kann schon richtig dominieren eigentlich. Vielleicht, wenn man es genau nimmt. Durch die Nachladezeit oder weiß ich nicht. Oh, 17.000. Aber fast 10.000 ist auch gut. Bestimmt, ja. Gibt ja auch doppelt noch, oder? 17.000 ist natürlich besser. Die Polizisten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie, was soll das denn? Das ist die größte Böse. Die rammert aus wie eine Polizistin. Oh, scheiße, jetzt habe ich... War gut. Scheiße, Modus. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, wie ihr euch dann schlagt. Ich will mal. Nee. Ich will auch mal. Nee. Jeder will mal. Niemand darf mehr. Dann kann jeder mal. Bin denn sowas schlecht? Ach, das kann man schlecht. Wenn's ja. Das passt schon. So, Gruß will dir. Lass mal Deathmatch machen. Deathmatch. Achso, ich bin aus mir noch drei gegangen. Ich dachte, das wird zwei. Egal. Ui. So, gucken wir mal, wie es jetzt ist. Zwei Runden oder wieder drei? Ich würde zwei sagen, das sollte wirklich reichen. Es kommt jeder mal auf den Geschmack. Kann jeder mal mitmachen. Geländewagen, Motorräder ist geil. Oh, nee. Oh, das ist schwierig. Das ist echt böse dann. Gelände oder Motorräder? Gelände, oder? Ja. Das hatten wir gerade, oder? Also Motorräder sind schneller und sind wendiger. Ja. Also nicht wendiger. Definitiv nicht wendiger. Wenn du bist bei einem Schuss, bist du sowieso weg. Das ist, glaube ich, egal. Also du hast bei keinem besseren Schuss. Macht, was ihr wollt. Oh Gott, dann muss ich auch noch auf dem Motorrad fahren. Oh, ich hasse Motorräder. Also kann man doch gar nicht einstellen, zwei gegen, oder? Nee. Das sind immer zwei dann. Einer kann dir den Panzer verlassen. Und dann zum Angreifer-Team gehen. Glaube ich nicht. Achso. Doch. Ich will aber nicht. Oh, Jäger. Oh mein Gott. Kann da einer mitgehen? Na gut, dann gehe ich zu einem Jägern zu. Was? Ich soll das alleine machen? Womit schieße ich denn überhaupt? Nochmal, ja? Das ist doch jetzt gemein. Nee, das geht nicht. Wir sind über Team Limit. Ja? Jetzt echt? Ja. Das ist ja doof. Wollen wir Frauen zusammen? Ja, Mann. Kommt. Komm, lass mal machen. Was? Darf ich auch noch? Ja, Männer gegen Frauen. Ja, sehr gut. Ja, klar. Das geht nicht. Drei gegen drei. Das ist ja doch echt verrückt. Das geht nicht. Das geht zu nicht. Das wäre auch viel zu krass. Ich glaube, das wäre auch zu hart. Drei Panzer gegen drei Motorräder, ne? Ja, ja. Aber hier, oh, das wird geil. Das wird, also ich bin eigentlich nur gegen Jane, ja. Nicht gegen mich. Ja, ja. Ich bin quasi gar nicht da. Nee, will ich auch nicht sagen. Ich bin noch nie Panzer gefahren. Ich habe keine Ahnung, was geht. Man kann nur Haftpumpen nehmen? Oh Gott. Ja, guck mal, fängt das schon mal geil an. Oh mein Gott. Jane, du kommst mir gar nicht falsch. Ich glaube, das ist geil, weil das gemeinlich zu gerade ist. Oh Gott, ich bin verwirrt. Sie kriegen jetzt halt nicht so leicht. Das andere Problem ist, dass du... Weißt ihr euch gerade selten? Aber ich habe es voll erwischt. Sehr gut. Ich hänge fest. Nein. Oh nein, ich komme noch nicht mehr weg. Scheiße. Oh mein Gott. Wie ist mir denn weg? Wie soll ich denn hier wieder raus? Okay. Ich glaube auch die ganze Zeit, dass ich die falsche Traste drücke zu zünden. G muss ich drücken, oder? G muss ich drücken, ja. Controller. Ach, scheiße. Cupcake-Klein gewinnt auch mal. Da geht ja einer ab, ey. Ich bleib hier die ganze Zeit hängen. Ich kann hier überhaupt nicht fahren. Ich weiß gar nicht, wo ich hinfahre, ehrlich gesagt. Was soll ich denn da raus? Oh. Jetzt, ah, jetzt habe ich es. Okay. Ich würde gerne mal fahren. Ich würde gerne mal vorwärts fahren, aber ich hänge fest. Ich könnte es dann so lang drückwärts fahren, wenn ich vorwärts hinfahre. Ja, Mann. Alter, wenn ich dich nicht treffe, ey. Wie ich dir jetzt irgendwie drei Bomben reingehaut habe, ey. Richtig gut. Aber weißt du, was ich scheiße finde? Sobald du vom Moped runterfährst, bist du tot quasi. Ja. Ja, fein gewinnt, du brauchst halt ewig, bis du wieder aufstehst. Ey, Damon, ist das gar nicht so schlecht. Na doch, ich schon. Ich hänge überall fest, wirklich. Ich probiere das jetzt auch nicht mal aus den Tastaturen. Ja, bei Susan halt einfach, wenn du zielen musst. Rang erholt. Soldat. Ja. Achso, es geht noch weiter. Oh, fuck. Oh nein, ich dachte, wir werden schon... Da, Mann. Das wirst du... Das werde ich überhaupt nicht bereuen. Ich bin nämlich besser als ihr in Luschen, ey. Ja, du wirst ein Dulli. Willst du, ey, du schaffst das? Na, mein Autofarm, mein Panzer ist gleich. Ha! Juhu! Na, wir haben es doch drauf, Leute. Aber Mopeds sind wesentlich schneller. Na gut, das Gelände war auch ein bisschen... Ja, das stimmt. Das ist total beschissen, ich bin überall stecken geblieben. Ich bin auch überall stecken geblieben. Das lag einzig und allein daran. Sorry of my life. Äh, sorry. Was? Ich freue mich auf mein life. Überall stecken geblieben. Ach. Bleibst du in deinem Leben überall stecken? Ja. Weiß doch gleich. Hä, jetzt... Moment, jetzt... Sind wir jetzt Motorradfahrer? Okay, alles klar. Warum? Wer von euch fährt jetzt? Okay, er fährt... Ich glaube, ich verpanzert. Hä, das ist ja komisch. Warum ist denn das jetzt gewechselt? Wahrscheinlich... Ja, wir sind wahrscheinlich, weil wir die Besten waren. Weil wir euch zerstört haben. Doch, ich denke schon. Das kann gar nicht angehen. Ach, stimmt. Wir haben es erst mal wirklich beide Panzer. Ihr habt ja nicht gepackt. Ja, weil ihr ist scheiße. Hey, der. Ihr seid nicht scheiße. Wir wollen nur einfach eine Chance lassen. Boah. Dieser Morgsen, ne? Oh nein, was war das denn? Bäm. Toll, jetzt fahr ich auch noch ohne Helm. Das ist ja noch schlimmer. Das ist einfach nur geil. Geiler Mode. Mensch. Boah. Der ist ja mal... Ja, das ist bei den Motorradfahrern, das ist mega schwer. Ach, jetzt bin ich mit dem Motorrad umgekippt. Ja, der ist gespawant. Oh, bin ich denn hier? Kann ich da drüber fahren? Da kann ich drüber fahren. Juhu. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein. Schwarz. Nichts Schwarz. Ja. Das mit der Haftbomb soll irgendwie scheiße. Das ordentlich, Mann. Das ist echt kacke. Lama guckt aber auch immer genau in die Richtung, wo man ankommt gerade. Oh nein. Ich könnte gerade lesen, du Nuss. Das ist das, was die anderen irgendwie nicht machen. Ich sag's ja, Battlefield zahlt sich aus. Oh ja. Was vorziehen dafür. Ja, nicht nur das, auch was gleichzeitig das Gucken auf die Karte einfach angeht. Ja, um zu checken, wo der Feind kommt. Ich kenn das wirklich nicht. Timmy, wir müssen mal bei Battlefield zahlen. Ja, die sind selten, aber das ist halt dann auch daran, dass... Ey, das bringt dem Panzer viel mehr Spaß. Das werden wir halt immer mal machen, du. Alter, ich krieg hier gerade echt die Krise. Ich bleib irgendwie... Boxen, das nehm ich dir nicht ab. Brauchste Hilfe? Dass du die Krise krieg. Doch. Nein. Ich fahr irgendwie gerade überall nur noch gegen und fliege jedes Mal vom Motorrad runter. Oh Mann. Danke dir. Hier wieder, ey. Wollt ihr was? Wee. Ich komm gar nicht voran hier. Nee, ich krieg das auch mit dem Fahren und gleichzeitig werfen. Nee, das ist so schön. Ah, da ist geil, wa? Oh nein. Du bei dir. Jo, läuft alles, läuft, läuft. Jo, ist ja süßhaft. Jetzt hab ich mehr im Augen. Immerhin. So, die vier Sekunden, kein Problem. Ja, ich glaub das... Wir tun schon wieder irgendwo. So eine Karte mit Motorrädern ohne Leitplanken wäre echt toll. Ah, richtig gut. Das ist doch ein passender Schluss, oder? Das stimmt. Passt auch echt gut. Schwanz. Sehr schön. Jetzt ist es so passend. Hier, noch einmal. Ja, ja, Drama. Ja. Habt das gesehen. Wir bedanken uns wieder für's Zusehen. Wir wünschen euch was. Und ciao. Tschüss. Tschau.